guten tag so sind wir zur silvester sendung von 180 sekunden mit kkkr live aus dem atom und ich denke mal daran wird sich auch nächstes jahr nichts an ich werde immer hier senden hier gehe ich hin passt schon so gut für 2021 ich habe ja noch jede menge baustellen bei kkkr und die eine baustelle ist nicht nur die hier nein ich habe auch noch andere baustellen und damit damit mein label auch für andere bands attraktiver wird die nicht jetzt bei mir auf dem label sind und die auch kein label wollen aber trotzdem gerne sich über support freuen da habe ich jetzt in meinem shop www.kerngreifer-records.de dort gibt es einen reiter der nennt sich service guckt euch das dort mal an im moment biete ich vier verschiedene dienstleistungen an cd im jubel case mit t-shirt die gepackt mit t-shirt vinyl gerne auch verschiedene farben verschiedene auflagen auch mit t-shirts einer volt oder hand und download codes und diese angebote möchte ich dann die bands richten halt die einfach nur support wollen jemanden der die unterstützt und die erfahrung habe ich ja und die partner habe ich ja auch um jetzt gewisse sachen zu realisieren und ich weiß wofür ich achten muss schaut euch das machen und dann ja bevor ich vergesse natürlich jetzt gestern kam schöne neue taschen stofftaschen von dem schweine sampler die gibt es natürlich auch im shop für den schmalen taler die gibt es auch im shop für den schmalen taler und dann guckt euch das mal an durch die tasche im warenkorb vielleicht noch ein schickes t-shirt ein paar sind auch dabei und dann freut sich dieser dicke mann wenn ihr mich unterstützt genau gut ja was ich sonst was soll ich sagen in dem letzten video mit dem aktuellen song von bern und ehn der jetzt überall geteilt wird haben wir bei spotify die tausende marken geknackt die tausende streams sind schon bei glaube ich bei 1200 das hat den 4 dezember das ist eine gute leistung und da merken wir ja oder ich merke daran dass jedes song mögt und weiter so und nächste woche am 4 januar gibt es ein neues video von bern und ehn und ich darf gespannt sein dass hier noch einiges und es gibt ja auch noch das darf ich nicht vergessen zu erwähnen dieses exklusive vorgestellter paket im kkkr shop von bern und ehn t shirt zipper und vinyl in exklusiv roten yellow design das gibt es nur wie gesagt in kkkr shop nicht im bandcamp oder oder irgendeinem webshop das ist exklusive kkkr also bleibt gesund und wir sehen uns dann im neuen jahr wieder würde ich sagen und dann danke danke dass ihr das euch anschaut bis dann